So ungefähr könnten wir Content Creator in ein paar Wochen aussehen, wenn Activish genauso weitermacht, wie sie es aktuell machen. Ich kann nicht, übrigens Leute, ich habe keine Hose an. Also eine Boxershorts habe ich an, aber ich habe keine Hose an. Das heißt, wenn ihr wunderschöne Beine sehen wollt, einfach meinem Kanal folgen. www.onlyfans.com.de Okay, okay, sollten jetzt mittlerweile 88% aller Zuschauer ausgeschaltet haben, kann ich das verstehen. Die anderen 12% müssten entweder taub, blind oder beides sein. Aber es ist ein ernsthaftes Thema, Leute. Call of Duty Vanguard soll eigentlich jetzt am Freitag mit der Alpha beginnen. Und ich sage eigentlich, es kann durchaus sein, dass die Alpha, und jetzt genau zuhören, genau zuhören, es kann sein, dass die Alpha am Donnerstagabend schon released und geöffnet wird. Das haben wir die letzten Jahre schon öfter gesehen. Black Ops 4 konnte man die Alpha oder Beta auch einen Tag früher spielen, sogar eineinhalb Tage früher. Dann haben sie die manchmal auch länger offen gelassen. Letztes Jahr konnte man die Modern Warfare Alpha auch früher spielen, als es eigentlich angekündigt war. Oder vorletztes Jahr und Cold War konnte man auch früher spielen. Also jedes Jahr haben sie irgendeine Alpha, eine Beta, die plötzlich losgeht. Das hat einen einfachen Grund. Die wollen natürlich, dass dieser gesamte Ansturm, der dann immer an einem Tag in diesem Moment kommt, ein bisschen ausfiltern. Und die, die durch Zufall Donnerstag drauf stoßen, das macht dann das Lauffeuer und das Feuer und Feuer. Shepard Feuer, abonnieren, Like dalassen, Ehre, ansonsten zeige ich mein Bein wieder. Das ist natürlich alles mit Absicht. Aber, wenn das so weitergeht, wie das jetzt aktuell aussieht, Leute, sind wir nicht dabei, dass wir sagen, Oh, komm, wir geben doch diesem Jahr Call of Duty Vanguard, nicht Vanguard, Vanguard, eine Chance, sondern wir sind am Arsch. Wir Spieler, wir Content Creator, alle. Alle außer Norbert, Dieter, Thomas, Kevin, Stefan, Alex, Steven, Ermel, Amut und Peter. Wir alle könnten jetzt demnächst am Arsch sein, denn all das, was jetzt gerade rauskommt, was ich irgendwie schon befürchtet habe, denn mit 8, 9 Monaten Release Time kriegt ein Studio wie Slashammer Games kein gutes COD hin. Und das ist dieses alte Thema, Leute, ihr kriegt den Scheiß nicht fertig, macht es doch bitte einfach mal mit mir Pause. Ganz ehrlich, Leute, natürlich würde es Leute in der Community geben, die sagen würden, Oh, ich brauche mein COD dieses Jahr, aber die Games verlieren jedes Jahr mehr an Qualität. Und das hat so lange funktioniert, wie Activision auch einfach keinen Herausforderer hatte. Ich meine, Activision hat keinen Herausforderer gehabt, also war es denen im Prinzip egal. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben Battlefield vor der Tür, Far Cry, Halo, Stalker, so viele Sachen, die kommen. Und jetzt passt auf, die Alpha, meine Damen und Herren, wird für die PS4 und für die PS5 da sein. Soweit, so gut. Ich habe einen Fehler in meinem letzten Video gehabt, ihr braucht natürlich für die Alpha keinen Key. Ihr könnt die Alpha auch ohne PS Plus spielen. In Deutschland ist das Problem ohne PS Plus, Spiel ab 18 ist immer schwierig. Kleiner Tipp von mir, macht euch einen neuen Playstation Account, Region Amerika und schon könnt ihr umsonst die Alpha spielen, kein Key, kein Vorbestellen, kein gar nichts. Soweit alles in Ordnung. Wir kriegen diesen Champions Hill Modus, da bin ich gespannt, wie der sich spielt. Da haben wir ein bisschen was gesehen. Warten wir ab. Aber jetzt kommen die Probleme, Leute. Wir haben von Charlie Intel die Info bekommen und das ist etwas, was ich auch so noch nicht gesehen habe. Denn richtiges 10 Minuten Gunfire Gameplay war bisher noch nirgends wo zu sehen. Was ich sehen konnte, waren immer diese einzelnen Schnipsel, die verpixelt zusammengefügt worden sind. Modern Warfare 2019 ist im Prinzip von fast allen Mechaniken das gleiche wie Call of Duty Vanguard 2021 oder wie Charlie Intel das beschrieben hat. Call of Duty Vanguard 2021 ist im Prinzip Modern Warfare 2019 mit fast den gleichen Mechaniken plus 1, 2, 9 Sachen, die man bisher noch nicht gesehen hat. Wir bekommen Blindfire. So weit, gut, kann man drüber streiten. Sprich, ihr steht an einer Mauer, könnt so die Waffe über die Mauer halten oder an der Seite entlang ohne zu gucken und könnt an der Mauer entlang laufen und schießen. Gut, kann man jetzt in Frage stellen, ob das Sinn macht. Wir können Türen auftreten. Wir können auch Türen zerstören. Das heißt, wie in Modern Warfare laufen wir höchstwahrscheinlich wieder mit dem Kopf voran durch die Türen, wo unter Umständen auch jemand warten kann. So weit kann ich damit leben. Jetzt passt auf und jetzt kommt die große Verarsche an dem Ganzen. Die Call of Duty Beta, nicht die Alpha. Die Beta ist nur für die Playstation 4 Version. Das heißt, die Playstation 5 Version von Call of Duty ist nach aktuellem Stand nicht verfügbar. Was bedeutet, wenn ihr euch die Standard Edition gekauft habt, habt ihr jetzt ein Problem. Denn in der Standard Edition könnt ihr nur die PS4 Version spielen. Wollt ihr also später, wenn sie denn kommt, für die Beta die PS5 Version spielen, müsst ihr anstatt die Standard Edition die Cross-Gen Bundle Edition kaufen. Und jetzt wird es noch besser, Leute. Die PS5 Version für die Beta ist nicht verfügbar. Und jetzt könnte man überlegen und sagen, Moment, Next-Gen, viele sind mittlerweile ausgerüstet, warum ist die nicht verfügbar? Wollen sie das jetzt nur für PS4? Relativ einfach. Activision hat mit Sledgehammer in der letzten Woche bei Playtest festgestellt, dass die Version Vanguard, Beta-Version, Hauptgame-Version für die PS5 Version nicht funktioniert. Es ist nicht fertig. Wir sind sechs oder sieben Wochen vor Release und sie haben die PS5 Version nicht fertig. Und zwar so fertig, dass man sie ordentlich testen kann. Was bedeutet, wenn ihr theoretisch, wenn es soweit kommt, in der Beta doch eine PS5 Version bekommen solltet, weil sie es vielleicht noch hinkriegen, was schon übel schlecht ist, dass es so kurz vor Release nicht durch ist, das Thema. Kann es sein, dass ihr das Cross-Gen Bundle braucht, erst die PS4 Version runterladet, dann abwärtskompatibel. Ich weiß gar nicht, ob man dann einen PS4 Controller braucht. Das müsste man dann gucken. Dann spielt ihr abwärtskompatibel und müsst unter Umständen nach zwei Tagen die PS4 Version von der Beta wieder deinstallieren, um dann die PS5 Version zu installieren, um diese dann zu spielen. Wenn sie zur Beta überhaupt fertig wird. Aktuell, so wie sie es aussieht, wird sie nicht fertig. Das wäre ja vielleicht noch eine Sache, wo man sagen könnte, okay, dass wir Spieler aber 10 Euro mehr bezahlen müssen, damit wir die PS5 Version und die PS4 Version haben, ist doch völlig verrückt, Leute. Das ist doch komplett verrückt und macht überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt müssen wir, damit wir beide Versionen haben, 10 Euro extra bezahlen, ansonsten haben wir nur eine Version und gucken unter Umständen in die Röhre. Man könnte jetzt denken, ja, es ist Activision und es ist Corona und Sledgehammer, aber Leute, das war schon bei Cold War keine Ausrede. Wenn ein Spieleentwickler sein Produkt nicht fertig bekommt, dann kann er es nicht einfach releasen. Aber ich sage, er kann es nicht, natürlich kann er es, weil es genug Dieters, Tommys, Ernas und sonst wen gibt, denen das völlig egal ist. Jetzt kommt die nächste Geilheit. Ich sage mal Geilheit, das ist jetzt meine Erfindung des Tages. Es gibt keinen FOV Slider. Keinen in der Alpha, nach aktuellem Stand keinen in der Beta. Und es ist noch nicht sicher, ob wir einen FOV Slider in der Konsole oder auf der Konsole für das Hauptgame am 5. November bekommen. Warum ist das so? Relativ einfache Erklärung und genauso dumm. Die Engine, auf der Call of Duty Vanguard läuft, ist die gleiche Engine, die wir in Modern Warfare 2019 hatten. Mit hier und da etwas angepasst von Sledgehammer Games für die Bedürfnisse, die dieses Game hat. So, das heißt, Bewegung, Sound, Grafik, wird alles in die Richtung gehen. Sound und Grafik in Modern Warfare 2019 war super, war für mich auch fast das Einzige, was da wirklich gut war. Jetzt hat man ja aber, wenn ihr mal überlegt, in MW19 gab es keinen FOV Slider. Gab es damals auch zur Alpha nicht, kam dann auch später eigentlich so PC Warzone und kam dann auch Cold War. Aber ist in der Engine so nicht vorgesehen gewesen. Die gleiche Engine haben wir jetzt. Normalerweise hätte Sledgehammer Games drei Jahre Zeit gehabt, um dieses Game zu entwickeln. Letztes Jahr haben sie aber noch gar nicht angefangen gehabt. Sie haben nämlich bis ungefähr sechs Monate vor Release von Cold War an dem Spiel gearbeitet, was wir heute Black Ops Cold War nennen. Oder wie auch immer sie es sonst genannt hätten. Das bedeutet also, wir haben ein Studio, was die letzten Jahre mit Advanced Warfare, mit WW2, das erste halbe Jahr, absoluten Mist gebaut hat. Das kann man glaube ich so sagen. Gerade das erste halbe Jahr WW2 war interessant. Und jetzt kommt da ein neues Game auf uns zu, was im Prinzip eine Mischung sein wird aus Call of Duty WW2, Call of Duty Modern Warfare 2019. Wir werden wieder mit Waffen an Wände ranmanteln können oder ranlehnen können oder Manteln oder Manteln oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir werden wieder Crossfire oder Blindfire haben, was ich gar nicht verstehen kann, um ehrlich zu sein. Wir werden kein FOV Slider haben. Also es ist im Prinzip mal wieder wie immer, es ist nichts fertig. Nichts ist fertig, das Game muss jetzt aber raus, weil 5. November ist ja schon angekündigt. Und wisst ihr, wer der Arsch am Ende wieder ist? Sledgehammer Games. Obwohl die Jungs in dem Studio, da bin ich mir 100% sicher, seit dem ersten Tag, nachdem sie dieses Jahr wussten, dass sie es machen, mit allem, was sie haben, daran arbeiten. Und bevor vielleicht Leute von euch sagen, na komm, die arbeiten bestimmt schon auch seit anderthalb Jahren an dem. Die haben bis Januar 2021 hunderte Mitarbeiter für Design, Grafik etc. für ihr Projekt gesucht. Leute, Sledgehammer Games ist kein Studio, was 18 Projekte gleichzeitig macht. Die haben bis zu diesem Jahr Leute gesucht, um Hilfe bei der Entwicklung zu bekommen. Worauf können wir uns also einstellen? Wir können uns darauf einstellen, dass das eine sehr interessante Alpha wird, dass das eine sehr interessante Beta wird, dass wir alle etwas mehr in die Tasche greifen dürfen, obwohl wir es gar nicht wollen. Und wir können uns darauf einstellen, und da können wir uns 100% sicher sein, dass dieses Game nicht fertig released wird. Und das ist ja mittlerweile schon gar keine Überraschung mehr. Wir sind ja schon gar nicht mehr überrascht, wenn irgendein Game gar nicht von Activision fertig ist. Aber dieses Jahr, und das prädikte ich jetzt, kann absolut, absolut positiv sein. Ich vermute aber eher, es wird absolut schrecklich. Und bevor ihr mir hier irgendeine Negativismusaktie und irgendwas vorwerft, ich persönlich würde nach einem Jahr Modern Warfare und wirklich Cold War und allem, ich würde mir einfach nur ein tolles COD wünschen, wo ich wieder neuergrinden kann, Content machen kann, streamen kann. Am besten keine SBMM, gute Serververbindungen, viel Content, neue Ideen, die Community zusammenzubringen, die ganze Leistung, die die PS5 aufrufen kann, dass man ein Game endlich schafft. Es wäre für uns Content Creator toll. Was wir jetzt am Ende kriegen, wir werden es jetzt am Donnerstag oder Freitag in der Alpha das allererste Mal in den Händen haben. Im Prinzip, ich werde es live streamen. Die Fragen von euch waren, darf man streamen? Ja, darf man. Dann wird die Beta kommen und bis zur Beta werden wir, was das angeht, mehr Infos haben. Bitte, lieber Gott, steh uns bei, hilf uns in diesem Jahr, dass es ein gutes COD wird. Aber all die Sachen, die wir bisher hören, klingt nicht gut. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, habt ihr auch Sorge? Oder seid ihr alle schon Battlefield, worauf ich mich auch freue? Ich bin raus, Jungs. Haut rein.